Hallo zusammen! Wir, BUNOR Maschinenbau AG, möchten euch heute einen Einblick in unseren Alltag als Polymechaniker oder als Prodomechaniker geben. Kommt doch mit! Als Polymechaniker macht man Teile aus Metall auf konventionellen Fräs- und Dreimaschinen und auf Zienzenmaschinen. Wir bringen uns ganz viel Handwerker ins Geschick und natürlich auch ganz viel Motivation für das Mechanische. Was die BUNOR Maschinenbau AG von anderen Firmen unterscheidet, ist, dass wir sehr viele grosse Teile haben. Und dass die Stifte auch extrem schnell schon gefördert werden mit der CNC-Fertigung. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag gehabt. Wenn es euch gefallen hat, werdet euch gerne bei uns bewerben. Tschau zusammen! Also, heute wird euch ein Untertitelung des ZDF, 2020